Hallöchen! Mein Auto ist momentan jetzt gerade in der Werkstatt, deswegen habe ich von der Werkstatt ein Ersatzauto bekommen, mit dem ich jetzt gerade rumfahre und das ist mega! Also was das alles kann, wenn ich zum Beispiel mit dem Finger so mache, wird die Musik lauter und leiser, wenn ich nur mit dem Finger einfach so in der Luft so mache, so mache, also ich muss immer die ganzen Sachen zeigen, dann hat es voll die coole Rückfahrkamera und so ein Head-Up-Display und also die ganzen, die ganzen Schnickschnack, Das ist so crazy, also du siehst, hier drückt niemand jetzt wo drauf, okay, also auch da drückt niemand und jetzt mache ich einfach mit dem Finger so, ist das, jetzt wird er leiser, also einmal nach rechts, wird lauter, schau mal, leiser, ist das nicht super crazy, wie cool ist denn das? So, ich drücke da jetzt da drauf, Spiele Surrender Surrender wurde ausgewählt, Wiedergabe gestartet Das muss ich ein bisschen lauter machen, ach du, hallo Lustig, wie cool ist denn das? Ich könnte mich den ganzen Tag damit nur spielen Und allein der Schlüssel ist schon so ein Mini-iPad Voll crazy, oder? Mann, ich hätte einfach gerne ein neues Auto, ich meine, ich hätte nicht gerne, ich weiß nicht, ist es ein 3 oder ein 5er BMW, muss ich nicht unbedingt haben, aber so der neue X3 oder ein X5 oder so, überhaupt nicht größenwahnsinnig, hätte ich schon gerne Die haben mir jetzt gerade von der Werkstatt mein Auto wiedergebracht, so, ein Service, aber wie du siehst, ist es nicht ganz so cool, es ist sehr rosa, sehr unaufgeräumt, aber was ziemlich cool ist, sind diese Pferde-Sticker, die ich mal von Zuschauerinnen geschenkt bekommen habe Und es ist schon ziemlich nett, muss ich sagen, jetzt ist das Licht ausgegangen Okay, ich kann hier in meinem Auto jetzt so oder so machen, so oft ich möchte, aber in meinem Auto tut sich nichts, außer dieser Kabelsalat, den ich da habe, toll Hallo, großer Mann Und wer ist daneben? Seine kleine Schwester, die Rubiel Die zwei gibt es auch nur im Doppelpark, ich freue mich einfach so, dass sie sich so mögen, das ist so herzig Kleine Schwimmchen Das dreijährige Mädchen Und da hinten chillt die Jenny, das Bär von meinem Schwiegervater Das ist halt super windig heute bei uns, das Wetter ist leider auch so ein bisschen mau Also wie du siehst, es gibt nicht nur schönes Wetter hier Das hübsche Mädchen mit einem schiefen Halfter Und der große Bruder Und da hinten Und da hinten Und da hinten